Okay. Schönen guten Tag, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Ulrich Laub von Opernikus. Schön, dass Thorsten jetzt Platz nimmt. Beruhigt mich. War nicht ganz einfach, habe ich vorher gesehen. Ich glaube, die Reihenfolge der Vorträge passt ganz gut. Stefan hat im Vorfeld in seiner Keynote davon gesprochen, wie Problematik in Bestandsgebäuden teilweise ist. Jetzt haben wir gerade gehört, wie ein Speicher da ist und teilweise mit IT-Dienstleistern das Ganze noch ein bisschen erweitert wird. Und an der Stelle passt ganz gut. Wir sind IT-Dienstleister. Oh, jetzt macht das doch. Und ich habe einen Bericht mitgebracht eines Projektes. Dort geht es um bidirektionales Laden und maximale Autarkie mit OpenEMS. Ich denke, ich kann die Zeit wieder reinarbeiten. Ich brauche nicht ganz so lange. Dann gibt es zum Anschluss noch einen Kaffee. Die Ausgangssituation beim Kunden. Wir sprechen hier von maximaler Autarkie. Der Kunde hat sich vom Netz getrennt. Ich denke, der Grund liegt irgendwo, glaube ich, in der fehlenden Einspeisevergütung letztendlich. Hat sich entschieden, sich komplett vom Netz zu trennen. Hat für die PV-Erzeugung oder zwei PV-Anlagen auf dem Dach. Hatte, als wir begonnen hatten, ein Victron-Speichersystem mit ungefähr 16 Kilowattstunden und auch ein zweiter stationärer Speicher noch dabei gehabt. Eine relativ einfache Ladesäule, prinzipiell eine Steckdose. Und im Bereich Wärme ein DAX-Blockheizkraftwerk und ein Heizstab waren dort bereits im Einsatz. Das Ganze hat zu gewissen Problemen geführt. Der Kunde hat keinerlei Übersicht gehabt, was sein System überhaupt denn da tut. Die beiden Speicher, die dort agiert haben, haben teilweise gegenläufig gearbeitet. Der eine entladen, der andere deladen. Und er hat mehr oder weniger was in seinen Händen, was die einzelnen Komponenten tun, was das Blockheizkraftwerk, was die Ladesäule tut. Beim Blockheizkraftwerk war es der Gang in den Keller, den er je täglich gemacht hat. Das Ding anschalten, wieder ausschalten. Und bei der Ladesäule musste er raus in den Carport und entsprechend Auto anstöpseln oder wieder wegnehmen. Der Wunsch des Kunden und auch damit unsere Projektziele waren, das ganze System zu integrieren, alle Komponenten in ein Energiemanagement-System zu bündeln. Wir haben zudem den zweiten stationären Speicher, der sich auch nicht hat ansteuern lassen, ersetzt. Und auch da greifen wir wieder den Vortrag von vorne ganz gut auf. Es kam ein Fenecon Home als zweite stationäre Speicherlösung zum Einsatz. Der Kunde wollte die Ladesäule ersetzen, die da war, durch eine bidirektionale Lademöglichkeit und eben die Kapazität der Batterie mitnutzen für das System. Und bezüglich des Bereichs Wärme eben, dass das Blockheizkraftwerk über das Energiemanagement steuerbar war, dass er es von seinem PC aus über das Mobiltelefon eben bedienen kann. Und dass da auch eine gewisse Automatik mit implementiert wird. Das Ganze war relativ aufwendig, was auch die beteiligten Parteien anbelangt. Zum einen, OpenEMS war die Wahl für das Energiemanagement-System. Und wenn man solche Projekte umsetzt, dann gibt es einen Installationspartner vor Ort. In dem Fall war das BSH. Da gab es einen regen Austausch. Die hatten Fragen, wie sie Dinge genau zu beschalten hatten, wo irgendwie Zähler hin mussten. Und aber auch wir mussten wissen, was vor Ort passiert ist, um das dann entsprechend dem Energiemanagement-System abbilden zu können. Und Fennecon war mit dabei. Von dort kommt das Speichersystem. Christoph war nicht ganz unbeteiligt an der Stelle. Und das FEMS war eben das Energiemanagement-System, was mitgeliefert wurde, auf dessen Basis wir dann eben diese Erweiterung gemacht haben. Und das komplette Projekt dann eben entwickelt. Victron. Als Hersteller des Speichersystems haben wir Support erfahren. Das war ganz wichtig, da ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Genauso wie im Bereich des Brockheizkraftwerks von Senatec wurden uns auch Fragen beantwortet, wo sie waren. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch auf Consolino und deren Expertise im Bereich Wärme zurückgreifen. Und auch einen Antreiber für das Brockheizkraftwerk zumindest als Basis nutzen für unsere Implementierung dann. Da die Firma eVTEC ist der Hersteller dieser bidirektionalen Ladesäule. Genau eben die Komponente wurde von dort geliefert. Zum anderen wurde die Anbindung besprochen, das Protokoll. Und auch gewisse Fehlersituationen, die wir getroffen sind und gekommen sind, wurden gemeinsam gelöst. Zuletzt wir eben, die die Implementierung als IT-Dienstleister hier durchgeführt haben. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an, wie das ausschaut. Ich denke, das wird jeder kennen oder die meisten werden es kennen. Das ist die OpenEMS UI. Wie sie dann am Schluss nach Abprojekt... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. sehr. Vielen Dank. Danke. Dank. Vielen Dank. zwischen Schwellwerten muss er eigentlich überhaupt nicht mehr in den Keller gehen. Also der Wirkungsrat ist ganz hervorragend. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt deine Frage war. Ja, ich möchte es noch ergänzen, weil ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass ich dieses Projekt gehabt habe. Das war ein Hilfestrahl von dem, weil er halt schon zwei Speicher sich gekauft hat mit einem tollen Energiemanagement. So wurde es ihm verkauft. Und das hat halt im Jahr nicht funktioniert und ist nicht zum Laufen gekommen. Und dann war ich mal ganz frech und habe ihm gesagt, ja, wenn du jetzt einen OpenMS-fähigen Speicher hättest, dann würde da über 50 Prozent schon von alleine funktionieren. Und dann ist er wirklich zu seinen Speicherherstellern gegangen und hat da Werbung für uns gemacht und die haben aber abgewunken. Und dann haben wir gesagt, naja, ich könnte jetzt einen von uns verkaufen. Und das hat er dann wirklich, darauf ist er wirklich angesprungen. Aber nochmal zum Hintergrund. Das ist jemand, der halt wirklich zeigen will, was geht. Aus unserer Perspektive, aus Fennecon-Perspektive oder aus OpenMS-Perspektive ist es eigentlich sowas wie ein Technology-Proof, um zu zeigen, was geht. Von der Serie ist immer noch weit weg, weil eine Kleinigkeit, vorhin zu spät gekommen, vielleicht hast du das vorher noch gesagt, der funktioniert wirklich nur im Off-Grid-Betrieb. Und das war die Anforderung vom Netzbetreiber. Also gerade mit der bidirektionalen Radesäule, nur im Off-Grid-Betrieb. Und ja, trotzdem, über solche Dinge bringt man ja etwas voran. Und wenn jemand von euch sowas jetzt zusammen mit einem Fennecon-Speicher bestellen will, dann müssen wir leider abrufen. Aber die Kollegen, die machen solche Projekte gerne. Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle. Wir beschäftigen uns jetzt auch schon länger mit OpenMS. Und in dem Fall hatten wir ein Fennecon-Speichersystem mit dem FEMS. Und wir hätten natürlich auch gerne dieses Off-Grid-System mit dem FEMS gemacht, weil da kennen wir uns einfach aus. Der Punkt war aber einfach, dieses System lief bei dem Kunden mit dem Victron schon seit mehreren Jahren absolut zuverlässig. Der Victron ist auch sehr stabil bei diesen Sachen. Und deshalb haben wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass das FEMS quasi, also die Fennecon-Batterie, einfach hinterherläuft. Das heißt, nach wie vor wird das Off-Grid-Netz von dem Victron geregelt. Aber das Energiemanagement hängt sich an den Victron dran und macht die Bedingungen so, dass dem Victron das Leben einfacher gemacht wird. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend. Also war ein schönes Projekt. ől ditchigst, denn die Arbeit Milews unsere Die Reihe. Herrowen. Du brauchst du dich für Ihre kindel Buddhase şey consulMANate sich. Du musst haben damit meine Tiere mitlegeln出來.